Musik Das Volkkonzept der Firma Napfmilch ist ganz sicher die Nischenprodukte, die wir machen. Wir machen eigentlich fast über 70 Produkte. Und das mit Bio, mit Bergmilch und mit laktosefreien Milchprodukten. Das Volkkonzept unserer Firma ist, auf Kundenwünsche einzugehen und schauen, was sie brauchen. Und das probieren wir gleich. Unser Volkkonzept ist, dass ich jetzt 30 Jahre die Firma aufbauen konnte. Und jetzt an meine Zösöne weitergeben kann, was sie jetzt im Geschäft sind. Und auch das miterleben, was wir am weitesten bestreben, weitestmachen. Was uns stark macht, ist die Qualität und der Umgang mit den Menschen. Vom Motto, jetzt muss der Glanz mehr los. Unser Erfolgskonzept wird heute 30 Jahre. Und mit dem Einbau von Kaffee zu unserer Bäckerei, Lebensmitteln. Und neu auch Lottoannahme. Das bestärkt uns täglich damit, dass wir auf dem rechten Weg sind. Unsere Firma zeichnet sich aus, dass wir ein kleiner Betrieb sind, Familienbetrieb. Wir haben zwei Standorte, Hofstadt und Hergeswil. Wir machen sehr viele Neubauten und Obauten im Dorf. Und wir bilden Lehrlinge hier in der Region aus. Mein Erbauungskonzept ist Klieu. Unsere Firma ist erfolgreich, weil wir ein Familienunternehmen sind und auf Qualität setzen. Der Erfolge unserer Firma sind die Kunden für unsere gute Qualität. Das Erfolgsrezept unserer Firma ist, wir können unsere Kunden und ihre Bedürfnisse leben und setzen sie um.